Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Walluf. 2015 wird das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon zwei Parkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 349.000 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.